Ja, ne? Außenalster. Und so sieht das aus. Leider ein bisschen bedeckt, aber da hinten kann man es am Horizont erkennen, die neue Elbphilharmonie. Ich glaube, das ist auch so ein Projekt gewesen wie der Berliner Flughafen. Irgendwie ist sie fertig oder doch nicht fertig und zehnmal so teuer wie geplant. Oh, jetzt können wir ja ein paar Wellen hier. Und da hinten ist noch mehr Alster. Da drüben ein richtiges, hübsches Restaurant, direkt am Ufer gelegen, der Außenalster. Das Cliff, da habe ich heute Mittag schon mal einen Kaffee geschlabbert. Das war schon nicht schlecht. Ja, schöne Runde bin ich gefahren hier durch die Kanäle. So circa 15 Kilometer waren es. Schöne Strecke. Einige Stand-Up-Haddler auch getroffen. War nicht schlecht hier. Und wenn ich mir das so anschaue, ist ja ganz schön Betrieb. Aber ein schönes Revier und das vor allem mitten in der Stadt. Jetzt fahre ich mal langsam zurück. Mal gucken, was der Dicke macht. In diesem Sinne, tschüss. Da geht's.